Hallo Leute, ja es geht weiter mit Dingmon und warum es bei mir keine Videos zur Zeit gab. Ich musste lernen alles und war halt beschäftigt und ich hab nächsten Monat Abschlussprüfung und übernächsten halt und dann muss ich wieder lernen. Also nicht wundern, wenn bei mir wieder mal keine Videos kommen, aber ich versuch's regelmäßig, welche hochzuladen oder halt welche hochzuladen, wenn ich kann. Und ja, ich wollte ja eigentlich trainieren, aber da ist was dazwischen gekommen. Und zwar genau das. Hm, auf jeden Fall. Pagmon sieht aus, als ob er ein Spezial-Digmon wäre. Wie schaffe ich es, ihn in einen Antylamon zu digitieren? Schess, stimmt was nicht? Ich will Pagmon helfen, sich in einen Antylamon zu digitieren. Kalomon, hast du irgendeine Idee? Oh, ich verstehe. Hm, hast du irgendwelche Ideen? Also, ich glaube ich habe, aber für jetzt ist es viel zu gefährlich. Was meinst du? Eigentlich ist im jetzigen Moment in der Chromine wurde ein Daten-Core-Kristall hergestellt. Also ich nenne es jetzt Daten-Core, weil Core heißt, glaube ich, Kern oder so. Weiß nicht, haben wir nicht. Ich kenne es halt nur von anderen Sachen. Es beeinflusst die Digitation eines Digamons. Es könnte gut sein, diese Energie zu nutzen. Aber wenn die Energie zu stark ist, wird ein Digimon die Kontrolle verlieren und Amok laufen. Amok, ja, dann packt das die Knarren aus. Okay, bei Gargomon würde ich mich nicht wundern. Der hat ja welche als Hände, aber so, äh. Oh, wirklich, aber hier ist immer noch eine Möglichkeit, richtig? Ich werde dann jetzt gehen und es mir anschauen. Okay, aber sei vorsichtig. Ich will, danke. Hey, Pargomon! Gehen wir wieder irgendwo hin? Jupp, zur Chromine. Okay, sicher. Boah. Also, nicht wundern, dass es gerade so flüssig ging. Ich habe jetzt, ich nehme diese Stelle hier jetzt schon zum dritten Mal auf, weil bei den ersten beiden Male ist ein Kampf gekommen und ich habe statt auf Pause auf Stop geklickt und die Aufnahme beendet, was mich ziemlich aufregt. So, und hoffentlich passiert das diesmal nicht und ich weiß, dass gleich ein Kampf kommt. Ich weiß es, ha. Und wir sehen uns gleich wieder. So, Leute, wieder da. Nein, kein Level Up oder sonst was, also, egal. Äh, ja, Lauf. Oh, da ging es weiter. Ups. Ähm, ja. War nur ein kleines Imp-Mann mit einem Weil-Mann, also nichts Besonderes und, uh. Also, meine Farm ist jetzt schon schön groß geworden. Ähm, ja, also, die Gegner hier... Ups, ein Kampf, sehen wir uns gleich. Also, ich glaube, diesen Gegner hatten wir bis jetzt noch nicht. Aber ich bin ehrlich, so stark sind die Gegner hier jetzt nicht mehr. Oder waren es, aber bei Lizardmon bin ich mir nicht so ziemlich sicher. Ja, ich glaube, da gehe ich jetzt noch mal sicher. Ich muss erst mal wissen, auf welchem Level die sind. Oh, 27, okay. Ja, da kommen schon noch Gegner hinzu, die etwas mehr drauf haben. Haha, Gargoyle stirbt einfach mal fast. Äh, Äh, Hapun-Torpedo. Eins, zwei, drei. Schuh. Fetter Treffer. Schuh. Fetter Treffer. Und schuh. Fetter Treffer. Nichts. Fail. Aber sowas von... Tja. Nur um Gargoyle zu heilen geht's also. Ich hab kein Problem damit. Peppabreef. Macht eigentlich nicht wirklich viel Schaden bei den Viechern. Weil es alles Feuer Digimon. Sie haben auch die Gargoyle-Mons-Attacken so viel Schaden gemacht. Nnennennennen. Oder... Nein, nicht Charge. Oder... Ja, doch. Ich nutz einfach mal einen ganz normalen Charge. Oder es liegt einfach nur daran, dass meine Viecher gerade mal Level 18 sind. What the fuck? Fail? Würde ich mal sagen. Alle Level 18 aus der EK-Kommor mit Level 31. Oh Gott. Alter, fett Fail. Stimmt ja, ich hab sie erst so kurz und zurück digitiert. Oh, scheiße. Also jetzt werden die Kämpfe mal ein bisschen schwieriger. Nicht nur ein bisschen... Wum. Bombs. 77. Kein Lauf, schade, schade. Äh, so. Njum, 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 njum. Der Emulator läuft mal richtig gut heute. Äh. Und noch ein Kampf. Also. Was kommt diesmal? Ja, okay. Wir sehen uns gleich wieder. Oder auch nicht. Wir sehen uns halt jetzt wieder. Miotismon kann man sich jetzt auch nochmal holen. Oh Gott, nee. Oh. Fuck. Ich mag das Vieh nicht. Greif du bloß nicht den falschen an. Scheiße. Fiery brief. Also Miotismon ist jetzt schon wieder... Haha. Mio ist Level 34. Fuck. Alter. Fuck. 1, 2, 3. Machen wir es mal so. Ich will zuerst den loswerden. Der ist mir ein Dorn im Auge. Aber wortwörtlich. Ich hätte mich vielleicht bewegen sollen, damit ich die Gargumund mitheilen hätte können. Aber nein, habe ich natürlich nicht. Ach du meine Frisse. Aura of Healing. So, Gargumunda sollte mir lieber nicht sterben. Er ist mein Heiler. Äh, normaler Zocker hier. Touch of Evil. Autsch. Autsch, Autsch, Autsch. Nein! Uuuuh. Ah, Fail. Fiery brief. Stirb. Nein! Oh Gott, nee. Jetzt kommen wir da mit. Alter, irgendwas zischt hier. Und nein, ich habe keine Schlange. Hu, 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 hu. Also ohne Gargumund wäre ich hier mal Bums. To hit down. Ay, 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 ay. Ja, ha, ha, ha. Stirb. Gott. Ich sollte mir vielleicht Mega-Zidramon ins Team holen, hochholen. und Samuels Nebel drauf Scheiße, Fail Eieieieiei Damit hab ich jetzt gar nicht gerechnet Zum Glück hab ich hier so viel Heilung Und wusch Und wusch Mal voll heilen MP heilig auch was Gargomon braucht ja hier wieder MP Und Greymon tausche ich mit Megacidramon Hm Okay Ist vielleicht ne bessere Idee Weil mit Greymon mach ich hier sowieso grad Sehr wenig Schaden Okay So kann man's glaube ich stehen lassen Okay Äh Jetzt muss ich nur noch den richtigen Weg finden Mhm Ups Irgendwie blöd wenn man jedes Mal nicht mehr weiß wo man lang muss Soll ich mir vielleicht irgendwann mal mehr kennen Muss jetzt hoch oder runter Und das ist ein Kampf Ich pfosten Ähm Irgendwas was wir noch nicht hatten Oh Gott Oh Meteoromon Ja den hatten wir Noch nicht Devil's Blow Wahrscheinlich Ja übelster Schaden Na Ja Fick die dog Fick die dog Instant Freezer Waterblower Razor closed Ist zuerst mal hier Ich will Meteoromon weg haben Okay Okay macht Macht was ganz schaden Gut 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 Stürb Level 31 war das Mit Tiny Twister angreifen Ähm Ja Oh tot Yes. Eieieiei. Eieieiei. Ja, ich heile wieder. Und dann durch, weiter auf den nächsten Kampf. So, das waren jetzt schon zwei oder drei Kämpfe, die ihr euch mit ansehen musstet. Eieiei. Bin ja schlecht hier. Und das ist wahrscheinlich der vierte und ich glaube, es kommen keine neuen Dinger dazu. Oh, ein Meteormon. Oh, zwei Meteormons. Ja, und beide dürfen angreifen. Noch mehr Wünsche. Wir sehen uns. So, Leute. Der Kampf ist vorbei. Ikakumon ist gestorben. Gargumon ist gestorben. Mega Seedron wäre auch beinahe weg. Juhu. Fail. Meteormon greift an. 229 Schaden. Yay. Na, und Arrokenymon sind da wieder rauf. Perfekt. Ich weiß nicht so, ob ich mich darüber freuen soll. Und ich will gerade keinen Report bekommen. Halter, ey, fail. Ich hätte Ikakumon doch heilen sollen. Heilen sollen. Gott, nee, ey. Was ist denn los hier? HP Chip D. Viel einfacher. Zup. 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 Also, ehrlich, ey. Bam. Irgendwie ist es gerade total mies. Zup. Zup. Oh. Oh, 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 oh. Ach genau, jetzt weiß ich, oh nö, oh, scheiße. Oh ja, genau, der hat gesagt, dass er den Datenkern gefunden hat, also das Data Core. Wir haben es geschafft, Cain. Cain? Oh nein, ihr schon wieder? Oh. Seid ihr Typen auch hier für das? Also, zu schlecht, das ist unseres. Na, jetzt da wir es haben, können wir unsere Digimon noch stärker machen. Hey, warte eine Minute, wenn die Energie zu stark ist, gibt es hier ein großes Problem. Du sagst es nur damit, nur weil du es nicht bekommen konntest. Was für eine Schande. Du bist genauso wie das Pargomon. Hey, äh, mir ist es egal, was ihr über mich sagt, aber macht keinen Spaß aus, Scherz. Würde verarschen nicht, besser so gesagt. Oh, hab gar nicht gewusst, dass du auch hier bist. Also, es macht keinen Unterschied. Cain, lass uns, lass uns hier einfach ignorieren und unsere Digimon stärker machen. Ja, du hast recht. Mega kaputt, den Ort. Ja, Junge. Ich gebe dir diesen Daten Core, so digitieren, bekomme noch stärker. Oh nein, du musst sicher machen, dass... Ah, Halt, Maul. Hey, sieh. Oh Gott. Oh, je, je. Gran Kuwagamon. Es ist Gran Kuwagamon. Wow. Schau dir das an. Grrrr. Was da... Was passiert hier? Nee. Schwul. Hey, weißt du nicht, wer ich bin? Ja, schrei. Oh nein, es ist außer Kontrolle geraten. Was? Äh. Ja, genau, schrei. Renn weg, schrei. Oh nein, kein... Grrrr. Ja. Ja. Äh. Gott. Alter. Meine Stimme versagt. Hey, pass auf. Boom. Gwee. Oh nein, Pagamon. Verschwinde aus dem Weg. Äh. Äh. Und Wumms. Gran Kuwagamon ist verschwunden. Was ist passiert? Ich glaube, die Energie war zu stark. Und es konnte es nicht, ja, handeln, äh, ja, benutzen halt. Wirklich? Puh. Puh, wir hatten Glück. Bist du okay? Pagamon, warum hast du mich gerettet? Was meinst du? Du warst in Gefahr. Du hattest keine Chance gegen das Digimon. Ist mir egal. Ja, ist mir egal. Mehr nicht. Ich habe einfach nur getan, was ich tun musste. Ja, eigentlich musste er nichts tun, ne? Er konnte auch zugucken. Du hast gewarnt, Pagamon. Du bist wirklich stark geworden. Bisher ist, habe ich gedacht, dass starke Digimon nur vom Körper und Stärke, ja, zu messen sind. Aber, ich könnte falsch gelegen sein. Tomomi, du... Ich werde aufhören, mit Cain zu partnern und ein Digimon von Anfang an losziehen. Ja, das ist eine gute Idee. Also, ich gebe euch das. Ich habe es geheim aufgehoben. Hier ist es ein... Das ist ein Chorstück. So viel Energie könnte genug sein. Vielen Dank. Aber, bist du dir sicher? Ja, es ist meine Art vom Danke sagen. Ich werde euch später sehen. Ja, verpiss dich. Meins, meins, meins! Yay, Schatz! Ja, wir sollten es jetzt ausprobieren. Lass uns zurück zur Digimon gehen. Sicher, lass uns gehen. Nein, ich will nicht. Nein! Nein, ich will doch noch nicht gehen. Ich will noch... Ich will doch nur spielen. Nein, ähm, ja. Uh, große Farm geworden. Sehr groß. Farm groß. Farm macht nicht Spaß. Ja, jetzt geh schon rein. Also, ich müsste echt mal trainieren gehen. Ich glaube, man hat meine Fails mitbekommen. Schatz, willkommen zurück. Lass uns vor allem das ausprobieren. Ja, sicher. Garmon, wir haben ein Datenkorb, aber... Ist das okay? Ist es sicher? Ähm, dieses sollte genug... Äh, dieses sollte okay sein, aber... Du kannst es nur ein einziges Mal benutzen. Verstanden. Danke. Bist du bereit, Pargamon? Ja, natürlich. Ja, nix natürlich. Ja, friss es, friss es, friss es. Bum, bum, bum. So, das ist an Thülamon. Deine wirkliche Form. Das ist es. Hier ist... Kein Zweifel. Es ist meine wirkliche Form. Schatz, danke. Du bist der beste Tamer, den ich bis jetzt hatte. Oh, ich bin nicht so groß, aber danke. Großartig. Nicht groß, großartig. Schatz, Schatz. Was ist los, Karlamon? Hier ist eine wichtige Mail von der Union. Kirimeremon ist in der Junk Factory. Müllfabrik. Es ist gefährlich, also geh nicht hin. Das ist es. Was? Kirimeremon, aber warum? Schatz, ich habe eine letzte Frage. Und ich habe total überzogen. Fail? Ich habe nicht auf die Uhr geachtet. Ich weiß, du willst mit Chimeremon kämpfen. Ich bin dein Thamer, natürlich weiß ich das. Schatz. Okay, lass uns gehen. Chimeremon ist ein gefährliches Digimon. Jemand muss es, muss gehen und es besiegen. Du hast recht. Wir werden ihn besiegen, dieses Mal. Und die digitale Welt beschützen. Das ist richtig. Ja, total ignorieren. Ja, genau, helf uns noch. Ich kicke dich aus dem Fenster. Ich sende euch die Adresse zur Junk Factory jetzt. Danke, Karlamon. Ja, jetzt wird wahrscheinlich ein Thülermann voll in mir verschwinden, wie Parkmann sonst auch immer. Ich habe die Adresse zur Junk Factory. Nur, ich werde erstmal rausgekickt. Tja, und hier mache ich auch einen Kick für euch. Also, wir sehen uns im nächsten Part wieder. Ciao. Ciao.